Ja, ich finde, also, was da, glaube ich, so spannend ist, den, ich glaube, den Problempunkt oder diesen wunden Punkt zu erwischen ist ja genau das, was du auch erwähnt hast, nämlich dieses richtig Informelle, dieses richtige Kontakt finden mit Kolleginnen und Kollegen. Genau so, wie man es vermutlich im Büro machen würde, wenn man tatsächlich mal in die Küche geht, um sich einen Tee oder einen Kaffee zu holen und dann trifft man jemanden, den, ja, zugegeben trifft man vermutlich nicht oft, aber es entsteht ja trotzdem eine andere Dynamik, weil man sieht die Person vielleicht eben einmal in die Woche, ja, zufällig oder maximal in wirklich strukturierten Terminen, wo man halt irgendwie nur formelle Sachen durchgeht. Und dann freut man sich natürlich, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja irgendwie dieser wunde Punkt, den man digital, glaube ich, sehr, sehr schnell falsch machen kann, siehe dieser Artikel, wo genau das passiert, nämlich, es wird einfach den ganzen Tag lang werden 1 zu 1 Gespräche in den Kalender geschmissen. Und das Schlimme ist ja dann, was du nämlich auch gesagt hast, als Beispiel für so einen Fokuskalender oder die ganzen Deep Work Prinzipien, ist ja das, dass, wenn dieses Gespräch nicht mal so lang oder intensiv ist, dann hat man ja trotzdem so viel Zeit verloren. Weil, angenommen, man schedult 30 Minuten, dann stellt sich raus, ja, in 15 Minuten, ja, ist man eigentlich schon fertig, dann, ja, okay, was macht man da, bis der nächste Termin geht? Also, es zerstört die ganze Dynamik des Tages. Und gleichzeitig, was ich mich da auch dann immer frage, ist dann, wie natürlich oder wie gut kommt das Ganze tatsächlich raus? Also, eben, für mich ist das so ein bisschen ein Widerspruch, wobei, muss man nochmal genau darüber nachdenken, aber, dass man informelle Gespräche scheduled, also, rein begrifflich, habe ich das Gefühl, das widerspricht sich ein bisschen, weil, wenn es informell ist, heißt das ja eben nicht, dass es im Kalender hart strukturiert. Und klar liegt das massiv an der digitalen Welt, aber ich glaube, da muss man einfach bessere Wege finden, um dieses vielleicht auch soziale Zusammengefühl in einem Online-Team einfach besser zu managen.